Er ist einer der erfolgreichsten alpinen Skirennläufer aller Zeiten, hat als einziger Fahrer fünf Gesamtweltcup-Siege gefeiert. Heute ist er bei uns, Marc Schirardelli. Schönen guten Tag. Freut mich, hallo. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind in Österreich geboren und sind aber für Luxemburg eigentlich Ihre gesamte Karriere gefahren. Kann man in Luxemburg eigentlich überhaupt irgendwo Ski fahren? Es hat mal eine Plastik-Skipiste gegeben, aber eine Winter-Skipiste nicht. Es ist einfach selten, dass dort Schnee ist. Man kann zwar langlaufen, aber es gibt halt einfach keine Hügel, die steil genug sind, dass man Ski fahren kann. Aber mit der Bevölkerung von 350.000 Einwohnern sind doch etliche Leute, die regelmäßig Skisport betreiben. Und ich bin auch mit sehr vielen noch in Verbindung, die meine Ski-Events immer regelmäßig besuchen. Wie ist es eigentlich damals gelaufen? Können Sie das nochmal kurz schildern, wie Sie sich mit Ihrem Vater dann auch dafür entschieden haben, gegen den österreichischen Verband und für den luxemburgischen? Es war sehr früh in meiner Karriere. Schon im Alter von acht, neun, zehn Jahren hat es schon Reibereien gegeben mit einigen Funktionären im Skiverband. Es war halt so, dass ich als Lustenauer aus dem Rheintal ein Exot war, sozusagen, aus dem Nicht-Skifahrer-Bereich von Vorarlberg. Und dummerweise habe ich natürlich sehr viele Kinderrennen gewonnen gegenüber etablierten Läufern aus Skigebieten oder Rennläuferkindern. Und das war dann halt so, dass es eine Riesendiskussion gab. Und schlussendlich haben meine Eltern entschieden, hier wäre man wieder alt und haben den Verband gewechselt, im Alter von zwölf Jahren. Das war 1976. Und seitdem bin ich dann für Luxemburg gespart gefahren. Genau, Sie haben es angesprochen, Sie waren zwölf. Jetzt, vergangenes Jahr, zu Ihrem 50. Geburtstag, haben Sie gesagt, ja, das war eigentlich nach heutigem Ermessen eigentlich idiotisch, diesen Schritt zu machen. Wie haben Sie das gemeint? Das war eigentlich ein bisschen falsch interpretiert. Ich muss mir so selber einen Vorwurf machen. Ich habe das nicht richtig formuliert. Es ist anders rausgekommen, wie ich mir das gedacht habe. Aber es war eigentlich hirnlos von allen, dass man einen so talentierten Läufer mit zehn oder zwölf Jahren so laufen lässt. Als österreichische Mannschaft, jede Mannschaft würde sich da natürlich alle Finger ablecken, wenn sie so ein Talent hätte. Weil ich habe das durch alle Altersklassen durchgezogen, dass ich einfach wirklich in der Altersklasse der Beste war. Aber es war unmöglich, dass man so viel Energie verschwendet, nur wegen Grabenkämpfen, wie es damals passiert ist. Luxemburg war für uns die einzige mögliche Rettung, die Karriere von mir weiterzuführen. Ich habe damals beschrieben, dass es idiotisch war, sich wegen so einer Lappalie, wegen einem zehnjährigen Jungen, so ein Theater zu veranstalten. Und das habe ich eigentlich als idiotisch bezeichnet. Aber nicht den Wechsel zu Luxemburg, im Gegenteil. Das war eigentlich meine Zukunft und das hat sich auch als richtig erwiesen, dass unser Schritt richtig war. Und warum war es ausgerechnet Luxemburg und nicht ein anderes Land? Rein zufällig. Im letzten Jahr, wo ich für Österreich gefahren bin, waren wir auf einem internationalen Kinderrennen in St. Moritz. Und dort haben wir zufälligerweise eigentlich die luxemburgische Delegation kennengelernt. Und dann war es naheliegend, dass man zuerst einmal die Leute anspricht, die man kennt. Und die haben gleich gesagt, kein Problem, medizinische Untersuchung und die Lizenz war da. Also das war wirklich sehr, sehr unkompliziert. So ein Talent lässt man sich dann natürlich auch nicht durch die Lappen gehen. Sie waren aber dann schon so ein bisschen auch der Einzelkämpfer dann durch diesen Wechsel nach Luxemburg. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Also der Skisport hat jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten wie der Fußball zum Beispiel, die Formel 1. Wenn man dann auch nur noch so ein kleines Land wie Luxemburg im Rücken hat. Also wie können Sie die Zeit mal so beschreiben? Also was für Schwierigkeiten waren da? Ich denke da auch vor allem an die Reiseproblematik. Das stimmt schon. Also es ist sehr viel an meinen Eltern hängen geblieben. Die haben das dann von da an selber finanziert. Vom Verband haben wir keine Unterstützung finanzieller Natur bekommen. Aber ich war in der glücklichen Situation, dass ich schon sehr jung eigentlich in die Weltspitze gefahren bin. Ich war schon mit 17 Jahren in der ersten Gruppe. Bin schon vereinzelt auf Podiums gefahren und mit 19 dann mein erster Sieg. Und von daher ging es eigentlich stetig aufwärts. Und ich hatte also schon mit 16, 17 Jahren Verträge mit Skifirmen, mit Bekleidungsfirmen, wo ein bisschen was rüberkam. Und dadurch sind auch meine Eltern entlastet worden vom finanziellen Druck. Weil ich glaube, wenn es zwei Jahre länger gedauert hätte, wäre es nicht mehr gegangen. Okay. Ja, Sie haben es schon gesagt. Also Sie haben den Widrigkeiten gut getrotzt eigentlich. Sind mit einer der erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten. Was war denn für Sie persönlich Ihr größter Erfolg? Eigentlich schon, dass ich als Slalomfahrer Abfahrten gewonnen habe. Kitzbühel und Wengen habe ich gewonnen im 89er Jahr. Ich habe zweimal den Abfahrtsweltcup gewonnen in 89 und 94. Und das war eigentlich für mich eigentlich das wichtigste Ziel. Nicht nur im Riesenslalom der Beste zu sein, sondern als Spezialist einfach in der Abfahrt und vor allem im kleinen Team den großen Mannschaften zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und das ist mir geglückt, Gott sei Dank. Und von daher ist die Doppelabfahrt in Wengen genauso wie Kitzbühel natürlich sicherlich wahrscheinlich mein größter Erfolg. Sie haben mal gesagt, dass Sie für viele ein Feindbild waren. Wieso eigentlich? Also das hat sich so entwickelt. Wenn man in Kitzbühel die Strecke besichtigt hat, beim Slalom, wo die Zuschauer sehr nahe sind und es werden vereinzelt Stimmen gehört von mir, Vaterlandsverräter und so, von Zuschauern, die eigentlich das Umfeld gar nicht kannten, die Hintergründe. Dann, es hat mich wenig tangiert damals, aber ich muss jetzt nach heutiger Sicht sagen, als 17-, 18-jähriger, junger Rennläufer solche Ausrufe zu hören während der Besichtigung vor dem Rennen, ist schon nicht ganz einfach für einen jungen Menschen. Und ich habe das Gott sei Dank gut verkraftet und habe das eher als Motivation, um noch aggressiver zu fahren, benutzt, als mich da in Lethargie zu verstecken. Und deshalb hatten wir das eigentlich zeitlebens nie sehr viel anhaben können. Aber, wie gesagt, Vaterlandsverräter, das ist im Rennen geblieben, das habe ich nie vergessen, weil das ist von Leuten gekommen, die von hinten und vorn keine Ahnung haben. Sie waren ja auch noch einer dieser echten Typen, wenn man das so will. Die gibt es ja heute gar nicht mehr so viel. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Tomba war so ein Typ zubringend. Mit wem haben Sie sich eigentlich Ihre härtesten Duelle geliefert? Ja, das war, ich habe natürlich eine sehr lange Karriere gehabt. Am Anfang war das ganz klar Stenmark. Stenmark war der absolute Überbegriff im Skisport. Er war ja 15 Jahre wirklich kaum besiegbar. Und dem konnte ich so Anfang, Mitte der 80er Jahre einmal die Show stellen im Slalom und Riesenslalom, bis ich mich dann auf die Abfahrt konzentriert habe. Und da, wenn es um den Gesamtweltcup ging, war natürlich ganz klar Zubricken, mein härtester Rivale. Zubricken war neben mir mit großem Abstand der stärkste Allrounder. Also, wir hatten im Januar die Punkte zusammen, beide, die für den dritten Platz nicht erreichbar gewesen wären. Also, der Sieg hat sich immer nur in über zehn Jahren zwischen uns abgespielt. Und das war ein harter Knob. Ich kann mich erinnern, auch wenn er in außer Form war, und ich habe mir einen leichten Fehler erlaubt, einmal einfädeln oder einmal eine schlechte Zeit oder eine Schwäche gezeigt, der Hund war jedes Mal da. Im zweiten Durchgang war der auf einmal wieder voll da. Also, der war so gefährlich und eigentlich nur vom Kopf her. Ich meine, zweifelsohne konnte Skifahren, aber auch er hat mal ein bisschen eine schlechtere Phase gehabt oder Probleme mit dem Material. Aber wenn der gemerkt hat, der Girardelli hat eine Schwäche, dann war der voll da. Er hat das mitgemacht wie nichts. Und deshalb war er so gefährlich. Und bei so echten Typen gibt es ja wahrscheinlich auch abseits der Piste auch ein paar echte Geschichten. Haben Sie da irgendwie gerade eine Parade, die ein bisschen skurril ist, die ein bisschen lustig ist vielleicht? Ja, zu übrigens hat man mal gesagt, immer in einer schwachen Stunde, er hat ja auch nicht immer gute Momente gehabt, er zieht sich die linke Socke immer als erstes an vor dem Rennen. Okay. Da war ich, boah, super. Das ist eine neue Methode, da wirst du noch besser. Und dann habe ich das ein paar Mal probiert, das ist aber voll in die Hose gegangen. Also ich habe dann auch begreifen müssen, dass man mit dem Sockenspiel keine Rennen mehr beginnen kann und habe mich dann auf meine normalen Saal konzentriert. Solche Typen wie Zurbrägen, wie Sie, das, wie gesagt, gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Ich glaube, die Zeit ist ein bisschen schnelllebiger geworden. Und es ist auch sehr viel mehr Sportübertragung im Fernsehen schlechthin. Früher hat es halt wirklich nur Fussball im Sommer gegeben, eigentlich über das ganze Jahr bis auf ein paar Wochen im Winter. Im Sommer Fahrrad und Tennis und im Winter Skifahren und Langlauf. Langlauf wieder mal so oder Skispringen halt hier. Und schauen Sie sich mal an, was jetzt im Fernseher kommt. Von Darts über Poker, über Billiard, über Klettern, über Airways. Es ist von 24 Stunden Dauersport. Auf vielen, vielen Sendern. Und ich glaube, das Interesse am Sport ist größer geworden. Aber es ist nicht so viel Zeit da, allen Sportarten so viel Zeit zu widmen, wie man es sich früher für ein, zwei oder drei Sportarten widmen konnte. Und das ist auch das Problem der Jugend. Die ist ein bisschen orientierungslos. Die probieren zwar alles, aber nichts richtig. Früher hatten die eine Chance. Tennis, Fußball, Skifahren oder Skispringen. Und damit hat sie es gehabt. Mehr war einfach nicht da. Also denken Sie, dass es auch so ein bisschen das Angebot ist, was zu viel ist auch für die Jugend? Alles ist zu viel. Alles ist zu viel. Wenn man durch die Stadt geht oder schon auf der Skipiste. Die sind an der Gondel nur am Telefonieren und am iPad spielen. Und ist man in der schönsten Natur, bei Sonnenschein, bei verschneiten Bäumen und Pisten, sieht die tollsten Berge der Welt und die schauen sich das Facebook an. Also das ist wirklich eigentlich ein Unding, muss ich echt sagen. Wenn ich in der Natur bin, dann möchte ich die Natur geniessen und eigentlich die Erinnerung in mir behalten, die ich sehe. Ich muss das nicht posten, um irgendjemandem das zu zeigen. Ich möchte das für mich haben. Ich glaube, da ist schon sehr viel Veränderung passiert die letzten Jahre, die vielleicht nicht immer sehr gut ist.